ein leichteres leben und arbeiten mit kindheitstrauma und komplexer ptbs wie geht das hallo und herzlich willkommen zu dem podcast für misshandelte kinder im erwachsenenalter du bist vielleicht selbst am ptbs oder komplexer posttraumatische belastungsstörung erkrankt und wirst du mehr selbst vertrauen mehr selbstbewusstsein und ein stückchen mehr heilung und leichtigkeit im leben oder du bist angehörige vom betroffenen und suchst du rat dann bist du hier genau richtig wir verbinden für dich traditionelles und wissenschaftliches in jener ganzheitlichen form dass es dir die macht über dein eigenes leben wiedergibt hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen sendung in dem wir jetzt wieder zu unserer serie aus dezember noch zurückkehren ich möchte heute mit dir an die folge 5 anknüpfen vielleicht erinnerst du dich noch als ich über emotionen mit trauma erzählt habe und wirksame wege erkunden was der weiße geist ist wie wir unsere emotionsregulation besser in den griff bekommen und inwiefern und sie sogenannte dialektisch behavioralen therapie helfen kann wie gewohnt auch beispiele und eine übung warten auf dich durch entwicklungstraumata leidet vor allem unsere selbstregulation und zwar auf allen ebenen das heißt sowohl die regulation unserer emotionen als auch unsere gedanken also kognitive fähigkeiten denkt nur an naja konzentration und auch unser körper ist betroffen weil aber das haushalten und ausbalancieren unsere gefühle essentiell für unsere belastbarkeit und für all unsere beziehungen sind möchte ich gleich mehrere folgen diesem thema widmen defizit in der regulationsfähigkeit was bedeutet das denn wir sind heile und ganz sozusagen voll funktionsfähig auf die welt gekommen und diese fähigkeiten haben wir durch die traumata entlernt ich möchte hier absichtlich nicht das wort verlernt oder verlernen benutzen weil ich etwas nur dann verlernen kann wenn ich es vorher schon bereits konnte und in unserem fall mit frühkindlichem trauma kommt das häufig dazu dass wir gar nicht die möglichkeit hatten diese regulation vollständig und unversehrt heranwachsen zu lassen in uns zu entfalten sondern gleich in den ersten jahren wurde uns diese wichtige fähigkeit durch den dauerstress der traumata entnommen enteignet sozusagen so heißt es für mich dass wir auch die regulationsfähigkeit entlernt und nicht verlernt haben vielleicht stellst du dir auch öfters die frage wann benötige ich eine emotionsregulation und hat sie eigentlich jeder naja wir regulieren unsere emotionen und gefühle als gesunder mensch mehr oder weniger automatisch wir benötigen diese fähigkeit immer dann wenn wir den sogenannten kohärenz zustand verlassen und kohärent sind wir wenn alles im grünen bereich verläuft und unser nervensystem weder unterfordert noch überfordert also intakt funktioniert dazu gehören die sogenannte das war doch ein perfekter tag sobald unser gleichgewicht durch reiz beziehungsweise stress und es ist wirklich egal ob von außen oder von uns selbst verursacht aus der balance gerät muss unser nervensystem nachjustieren durch durch der kindheitstraumata ist dieses nachjustieren bei uns kaputt aber jedenfalls geschädigt oder zumindest eingeschränkt aber was heißt das denn jetzt eigentlich in der praxis bedeutet das dass ich zum einen auf aktuelle situationen nicht adäquat nicht angemessen reagiere und zum anderen ich schwierigkeiten damit habe mich wieder in die balance zurück zu navigieren also mir liegt ein dreifaches problem vor ich habe sowohl in der wahrnehmung der jetzigen situation als auch in der steuerung meine reaktion auf diese situation und in meinem beruhigungssystem ein defizit über die wahrnehmung von uns selbst und der welt und warum die einschränkung dieser wahrnehmung durch entwicklungstraumata entsteht haben wir bereits in einer der ersten folgen gesprochen das ist der anfang an sich alles übels weil dadurch alles was wir zur beziehungsfähigkeit lebendigkeit und zufriedenheit im leben benötigen beschädigt wurde und genau so wurden unsere emotions regulation meistens durch verzerrung unsere wahrnehmung dann unsere identität durch fragmentierung und unsere selbstachtung durch entfremdung stark in mitleidenschaft gezogen genau durch diese schieflage entwickelten sich gefühle wie minderes selbstwertgefühl und damit der selbstzweifel und das grübeln oder toxische scham und auch die chronische selbstverurteilung also das versagensgefühl und hier kurz eine empfehlung für dich gerade aktuell dass sich auf youtube zu der regulation beziehungsweise zur auflösung von versagens ängsten und gefühlen zwei videos veröffentlichte du kannst du gerne auch diese anschauen wenn du magst und die links findest du in den show notes und jetzt lass uns mal ansehen worin der kern des problems liegt warum ich so schwierigkeiten damit habe die steuerung meine reaktion auf aktuelle situationen auszuführen die tragisch besteht leider darin dass im notfall also in stress situationen ausgerechnet jene zwei systeme im gehirn die dafür sorgen dass wir uns bewusst im balance oder im im balance befinden plötzlich getrennt werden und wir uns dann genauso verhalten wie es unsere unbewusste amygdala also unsere not schaltzentrale abgespeichert hat und uns alles voll automatisiert als sogenannte intuition oder ahnung oder innere stimme aus der vergangenheit vorgibt diese schlaue lösung unseres gehirns hat sowohl gute als auch eine kehrseite lass uns zuerst die gute seite ansehen dieses phänomen was uns als intuition oder ahnung bekannt ist wurde in einigen genialen untersuchungen durch den amerikanischen arzt und hirnforscher antonio damasio untersucht und hier die geschichte der studie für dich damasio zeigte dies unter anderem am beispiel eines jungen mannes mit einer vollständigen krankheitsbedingten schädigung des sogenannten hippocampus im gehirn diese tragische erkrankung bot die chance eine wertvolle einsicht zu gewinnen aufgrund einer beidseitigen schädigung der hirnregion war der patient unfähig irgendwas von dem was er aktuell erlebte bewusst zu erinnern sein gedächtnis vermögen beschränkte sich auf die zeiten vor der erkrankung und das experiment ging so eine neue in klinik eingetretene dem patienten bisher nicht bekannte mitarbeiterin sollte diesen patienten für einige zeit absichtlich unfreundlich behandeln was sie nach bestem vermögen auch tat obwohl der patient auch nach wochen dieser bekanntschaft die mitarbeiterin bei jeder erneuten begebung nicht wiedererkannte und nicht sagen konnte wer sie sei mit er jeglichen kontakt mit ihr und auf befragen wusste er nur eine antwort er möge diese person nicht er hat zugleich auch versichert dass er diese person nicht kenne die geschichte kannst übrigens nachlesen in dem buch von joachim bauer er ist molekularbiologe und psychiater es auch mit hirnforschung unterwegs das buch heißt das gedächtnis des körpers was ist da passiert aufgrund dieser hirn schädigung war bei diesem man keine bewusste erinnerung an die realen und angenehmen erfahrungen mit der mitarbeiter möglich die ihn absichtlich schlecht behandelt hatte dessen ungeachtet war er nach einiger zeit in der lage aufgrund der mit ihr gemachten erfahrungen intuitiv eine richtige bewertung vorzunehmen wie konnte es zustande kommen der patient hatte die erfahrungen mit dieser frau im mandelkern also im amygdala gespeichert der wie wir wissen nicht der kontrolle des bewusstseins unterliegt aber sich liebend gern alles merkt was unangenehm und gefährlich ist der patient war aufgrund dessen auch ohne bewusste erinnerung in der lage die gefahrensituation intuitiv richtig zu bewerten ja was sagt uns jetzt diese geschichte es heißt dass wir sogar in solchen situationen handlungsfähig sind wenn wir den zugang zu unserem bewusstsein also kurzzeitgedächtnis nicht nur für kurze zeit sondern grundsätzlich verloren haben die amygdala ist damit ein rettungsring im besten sinne und kann uns in gefahrsituationen sogar das leben retten ja und jetzt die kehrseite dieser genialen fähigkeit das ist nämlich dass sich die amygdala bei uns menschen mit entwicklungstraumata ganz natürlicherweise und gemäß ihrer aufgabe wohlgemerkt ebenso die alten abgespeicherten erfahrungen und unsere damalige reaktionen im gefühl und in handlung abruft wie bei dem patient in der klinik der konflikt entsteht dadurch dass unsere damalige bewertung mit der heutigen situation nicht mehr zusammenpassen in diesem sinne verhalten wir uns meist übertrieben aber zumindest um passend voll daneben kann auch möglich sein und oft selbst schädigend und ein konkretes beispiel ich werde heute am arbeitsplatz im team nicht zu einer abstimmung gefragt und fühle mich ausgegrenzt meine amygdala assoziiert mit der situation von damals als ich als kleinkind stets allein gelassen wurde ich habe mir als kleinkind ein verhalten der freiwilligen isolation und depression entwickelt und die situation damit ich keine seelischen schmerzen ertragen muss als normal verbucht als ich erfahren habe was im team am arbeitsplatz passiert war nehme ich es als normal und tauche ich wieder in die gefühlslosigkeit und hilfslosigkeit ab anstelle dessen heute könnte ich den teamleiter darum bitten das nächste mal an mich zu denken und meinen input zu der abstimmung noch nach liefern das gesamte geschehen würde nichts an meiner stimmung oder selbstwertgefühl bewirken und ebenso wenig würde ich erneut mit grübeln oder mit dem gefühl ein versage zu sein kämpfen die unbewusste bewertung die entscheidung und die handlung passiert in sekundenschnelle gleichzeitig sind wir entweder von gefühlen überschwemmt und gesteuert oder eiskalt und sehr distanziert und gar nichts spüren weil wir keine gefühle mehr empfinden können und das ergebnis unsere wortwörtlich blinden handlung liegt dann vor uns die meist scherben bedeuten die herausforderung besteht in jeder stress situation wodurch wir uns bedroht fühlen beziehungsweise getriggert werden genau darin dass wir die zwei genannten systeme im gehirn wieder so schnell wie möglich verkuppeln anders ausgedrückt wir müssen unser bewusstsein aktivieren indem wir die gedanken mit den gefühlen und unserem verhalten augenblicklich wieder verschalten um angemessene entscheidungen treffen und handlungen durchführen zu können diese zwei arealen im gehirn sind die zwei sogenannte hemisphären also die rechte und die linke gehirnhälfte die sich bestimmte funktionalitäten aufgeteilt haben langfristig ist es hilfreich wenn wir erreichen dass wir auch in notsituationen unser gewahrsein selbstwahrnehmung und selbstachtung bewahren können so vermeiden wir es dass sich die amygdala also unser unbewusstes anstelle der hemisphären durchsetzt das war jetzt die neuro wissenschaftliche seite des geschehens und wahrscheinlich spätestens jetzt dass du zum kopf langst und sagst ach du gott ob da jetzt noch ein ausweg gibt gibt es überhaupt wirksame wege für uns um unsere emotionen als normalfall wie jede andere zu verarbeiten nun wie immer habe ich für dich auch gute nachrichten nach heutigem stand der hirnforschung und neurobiologie lässt sich feststellen dass um wirksamkeit in richtung heilung erzielen zu können einer entsprechende therapie und insbesondere bei mittels schweren und schweren traum erfolgen eine dreifache richtung nehmen muss und zwar dem versuch negative befindlichkeiten und insbesondere leidensbezogene erinnerungen abzuschwächen zum zweiten dem versuch dies funktionale denk fühl und verhaltensgewohnheiten durch das einüben funktionale gewohnheiten einzukapseln und damit ebenfalls abzuschwächen und zum dritten dem versuch körperliche dysfunktionale zustände die mit den psychischen erkrankungen einhergehen in geeigneter weise abzumildern oder zu beseitigen diese grundsätze gelten dem dreifachen therapeutischen interventions ansatz von professor gerhard rot und professor grabe die diese neurobiologisch fundierte psychotherapie benannt haben und in diesem moment die ganzheitliche achtsamkeit als wirksames werkzeug konnte auch durch die wissenschaft bestätigt werden mit hilfe ganzheitlicher achtsamkeit können wir jene leid bringende gefühle denk und verhaltensmuster genau untersuchen die schwierigkeiten erzeugen gleichzeitig können wir neue gewohnheiten bilden die helfen mit herausfordernden situationen besser umzugehen das ist ein bisschen wie wenn wir die alten schädigenden erinnerungen wie die dateien auf dem pc behandeln weil auf dem pc dateien die wir nicht mehr benötigen aber nicht wegwerfen wollen oder können tun wir meistens entweder auf eine externe festplatte verschieben oder komprimieren wir diese als verzippte ablage und so können diese dateien oder kapseln nicht mehr automatisiert aufgehen der vorteil mehr platz mehr arbeitsspeicher und mehr energie für die neuere darüber programmierte gewohnheiten und muster dieses vorgehen hilft uns zu erkennen dass wir auch unangenehmes erleben aushalten können und wir weder flucht ergreifen noch abwehrend reagieren noch uns unterwerfen müssen achtsamkeit zeigt uns auch die zusammenhänge des geschehen also zum beispiel was genau unsere handlung verursacht hat sind dass unsere gedanken oder haben unsere gefühle das ausgelöst womöglich es irgendwelche geräusche oder ein musikstück war das oder ein geruch sehr häufig trifft uns auch ein blick von jemand anderem welche uns an schlimmes erinnert je tiefer wir die zusammenhänge von typischerweise auftreten geschehen erkennen und festhalten umso schneller gelingt es uns diese alte und heute schädigende sag mal verhalten verkapseln und jetzt kommt der begriff des weißen geistes ins spiel aus sicht der psychotherapie kann dieses durch die neuere wissenschaft empfohlene vorgehen der verkapselung in der dialektisch behavioralen therapie also ist eine verhaltungstherapie abgekürzt dbt großteils realisiert werden auch der begriff weißer geist stammt aus dieser therapie form und steht für eine optimale balance zwischen dem vernünftigen geist oder dem denken und dem emotionalen geist dem fühlen anders gesagt der zustand dann eine gleichzeitige integration von logik und intuition erfolgt wenn logik und intuition zusammenfinden dann kann mir diese zustand helfen mich ruhig und zentriert zu fühlen in unserer nächste folge wirst du noch viel mehr über diese therapie form erfahren nicht nur wo das herkommt und welche vier fokus themen hat eine ist ja die emotions regulation aber auch wie immer sämtliche übungen mit auf dem weg bekommen und jetzt ich lade dich ein eine übung für dich am beispiel eines belastenden verhaltens von dir auszuprobieren ganz im sinne des weißen geistes notiere dir das nächste mal drei punkte wenn du zum beispiel grübeln beginnst oder dich das gefühl ein versage zu sein besucht diese drei punkte sind elemente des geschehens der aktuellen situation die später zu kapseln werden können und du diese gewollt austauschen kannst also als erstes zur logik was genau passierte unmittelbar davor oder über den tag hinweg bevor du mit dem grübeln oder dem von dir aus gewählten verhalten startet ist welches geschehen welches ereignis hattest du etwas in einer anderen reihenfolge gemacht als sonst vielleicht gab es irgendwo eine ungewöhnliche stimme hast du einen unbekannten ort besucht oder war es vielleicht eine person die durch ihre eigenschaften dein verhalten auslöste und jetzt zum zweiten punkt bezogen auf die intuition welche gefühle konntest du wahrnehmen währenddessen du gegrübelt hast oder das gefühl oder diese angst ein versage zu sein empfunden hast oder sonst ein verhalten von dir eben ausgeführt hast wo genau im körper hast du diese gefühle empfunden war es in dem herzen oder haben deine knie gezittert was hast du dabei gerochen war da irgendein hier ein gestank oder war das eine duft und hast du etwas gehört war da vielleicht eine musik war es warm oder war es kalt welche empfindungen hattest du dabei notiere die all das und zum dritten punkt vielleicht wirst du jetzt schon oder aber auf jeden fall mit der zeit ein muster erkennen um sofortige erleichterung aus diesem zustand rauszukommen und diese erleichterung zu verspüren kannst du dir dann aber jedes mal schon folgende drei fragen stellen verdient das ereignis welches du notiert hast also zum punkt logik wirklich deine volle aufmerksamkeit zweite frage wer sagt dir das dass du dieses verhalten das heißt das grübeln oder das gefühl versage zu sein oder sonst ein verhalten was dir belastung bereitet fühlen oder tun muss musst du das ist diese notwendigkeit also wirklich da und gerechtfertigt oder hast du alternativen wie du handeln oder fühlen könntest du kannst auch das notieren wenn du möchtest und zum dritten wovon hält dich das grübeln oder das verhalten ab wir sind somit am ende dieser folge angelangt und das nächste mal habe ich eine überraschung für dich wir haben nämlich in unserem podcast ein gast und sie wird ganz interessante geschichten erzählen und zwar aus dem kinderheim und aus dem frauenhaus wenn dir diese folge gefallen hat dann freue ich mich wenn du uns abonnierst und wie schon bereits erwähnt du findest mich auch auf youtube und auf facebook alle links wie immer in den show notes und jetzt wünsche ich dir eine schöne zeit vielleicht das ausprobieren der übung und schon bis ganz bald schöne grüße gabriela